Endlich wieder Gameday für die schweren Jungs der Burren Rebels. Zu Gast der Aufsteiger aus der Hansestadt, die Hamburg Huskies. Welches der beiden Teams hat mehr Lust? Welches der beiden Teams hat mehr Biss, dieses Spiel zu gewinnen? Alle Antworten jetzt hier zusammengefasst auf Hauptstadt Sport TV. Nach zwei Siegen in Folge gegen die Düsseldorf Panthers kommen die Hamburger mit viel Selbstbewusstsein in die Hauptstadt. Vor allem der 42 zu 0 Erfolg letzte Woche zeigt, dass mit diesen Jungs nicht zu spaßen ist. Berlin hat zu Beginn dieses Spiels aber auch keinen Grund zum Spaß. Denn der Rebel Sebastian Vollmer verletzte sich vor zwei Wochen schwer und liegt seitdem im Krankenhaus. Wann er wieder spielen wird, ist unklar. Wir wünschen auf jeden Fall allerbeste Genesung. Damit aber wieder zum Sportlichen. Die Hamburger in Rot-Weiß zunächst von links nach rechts und mit dem ersten erfolgreichen Pass. Rigi Langford findet Dominik Hanselmann zugegeben. Das noch nicht wirklich beeindruckend. Aber der nächste Spielzug, der ist es schon. Diesmal entscheidet sich Quarterback Langford für das Laufspiel. Und Kollege Tyson Gissab, der kann von keinem Berliner gestoppt werden. Touchdown 6 zu 0 aus Gästesicht. Die Rebels also frühzeitig im Rückstand. Doch die Berliner haben sich im Vergleich zur letzten Saison stark verbessert. Und vor allem ist er wieder dabei. Darius Outlaw mit der Nummer 3 haben die Schwarz-Weißen einen erfahrenen Quarterback in ihren Reihen, der zu jeder Zeit weiß, welches Play am besten ist. So auch hier. Der US-Amerikaner übergibt an Landsmann Larry McCoy. Und so schnell kann es gehen. Niemand kann den Running Back stoppen. Somit Touchdown für die Berlin Rebels. Ausgleich 6 zu 6. Und durch das verwandelte Field-Goal sogar noch ein Punkt obendrauf. Die Rebellen also im ersten Viertel mit 7 zu 6 vor. Ja, und wenn das so gut klappt mit dem Schießen, dann legt man doch gleich noch einen drauf. Einen nach. Die Berliner jetzt von rechts nach links mit dem erneuten Field-Goal-Versuch. Diesmal wieder erfolgreich und aus dem Spiel heraus sogar direkt drei Punkte wert. Die Führung also 10 zu 6. Hamburg aber unbeeindruckt. Zu keiner Zeit wirkt das Spiel hektisch oder unorganisiert. Vielmehr wird sich mit typisch nordischer Gelassenheit Play für Play, also Spielzug um Spielzug an die Endzone der Berliner herangetastet. Um dann zu punkten. Und wenn es nicht durch einen Touchdown geht, dann macht man eben den Gastgeber nach. Field-Goal-Versuch erfolgreich abgeschlossen. 10 zu 9 für die Rebels. Nur noch. Und als Beweis für gute Zielgenauigkeit aller Protagonisten noch ein obendrauf. Nassim Armruhm mit dem nächsten Treffer. Das gleichzeitig auch der Halbzeitstand von 10 zu 12. Durchgang 2. Dann weiterhin ein sehr hartes Game, in dem sich zwei gut aufeinander eingestellte Teams gegenüberstehen. Mit leichten Vorteilen zur Mitte des dritten Viertels für die rot-weißen Hamburger. Die Hanseaten wie in Halbzeit 1 sehr geduldig und dann auf den Punkt voll da. Schöner Pass auf die Nummer 85. Nassim Armruhm mit dem Touchdown zum 18 zu 10. Aus Gäste sich mit verwandeltem Field-Goal sogar 19 zu 10 für die Hamburg Huskies. Das gegen den Gastgebern wohl zu schnell. Die Berliner also jetzt gefragt, will das Team aus der Hauptstadt nicht wie im Season-Opener wieder als Verlierer vom Platz gehen? Muss jetzt etwas passieren. Und das tut es auch. Der US-Boy, Outlaw. Wie bereits angesprochen. Mit dem nötigen Gespür. Und diesmal ist es Gregor Lietzau, der mustergültig bedient wird. Die Rebellen mit dem anschließenden Field-Goal. Also wieder dran. Nur noch.